Wir sind auf der Halbinsel Samana. Ein Blick auf den Nationalpark Los Hayquis. Und weiter in die Berge. Zu einer warmen Quelle, die von den Einheimischen als öffentliche Badeanstalt genutzt wird. Traumstrand. Der Strand von Las Terrenas. Eine Bucht. Eine Brücke zur benachbarten Insel. Das ist Santa Barbara, der Hauptort von Samana mit seinem kleinen Yachthafen. Überfahrt zur Cayo Levantado. Der Insel. Auf der die Urfassung des Bacardi-Spots gedreht wurde. Untertitelung.